Moin, Sonntag hier! Schön zu hören von mir bei Nesca The Game auf der Playstation 3. Wir befinden uns in Virginia auf dem Richmond Raceway. Now, Jimmy Johnson's been the big hammer here lately, but other guys to break into victory lane, Dale Jr., Kevin Harvick, Clint Boyer, and of course Denny Hamlet. Lots of drivers will be chasing glory, but only a few will find it tonight, here in Richmond. Jo, da sind wir. Es ist ein Nachtrennen, eine relativ schöne Strecke, wieder ein bisschen sowas wie Stadionatmosphäre. Jeff Gordon, der alte Beipackzettel-Leser, hat insgesamt einen 17 Punkte Vorsprung vor mir. Ich weiß gar nicht von wo aus er startet, aber ich bin jetzt mal ganz konzentriert in dem Rennen. Ich will auf jeden Fall nach vorne fahren, weil das geht so nicht weiter. Zuletzt immer nur verloren, immer nur Rückstand gemacht auf die Punkte, also in der Gesamtwertung insgesamt. Jetzt kommt es zur gelben Flagge, das ist ärgerlich. Okay, ich bin selbst schuld. Ich habe schon wieder Kacke gebaut, obwohl es gerade eigentlich ganz gut lief. Nun gut. Egal. Ich glaube 20 Runden sind Zeit in dem Rennen. Wenn ich mich nicht irre. Mal gucken gleich. Sowieso mal wieder den Überblick verloren. Ja, Runde 4 von 20. Platz 38 läuft. Da kann man noch was reißen. Ahhhh. Ne, das war auch nicht gut. Ne, das war gar nicht gut. Ahhhh. Man kann sagen, durch den Crash eine Runde weggeschmissen. Hätte ich nur auf die Mauer aufgepasst, wäre ich nur einigermaßen gut gefahren, hätte das eigentlich gar nicht so zustande kommen müssen. Aber egal. Oder was ist egal. Kann ich hier auch nichts mehr dran ändern. Muss ich jetzt mit leben. So, weiter geht's. Runde 6. 39er. Bremsen. Ja, jetzt geht es rum um die Kurve. Da fällt es dicht zusammen noch. Wieder gegen die Mauer. Zeit verloren. Die Rasen wieder vorne. Und innen ist alles voll und dritt schon wieder jemand. Ja, das war ja klar. Ohhhh. Also, das war klar, dass es zur gelben Flagge kommt. Mann. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Im Moment zumindest nicht. Ich muss nach vorne. Hier muss Jeff Gordon einheben. Ich träume mittlerweile nachts von Jeff Gordon. Ja, dieser alte Beckenrandschwimmer, Turmbeutelvergesser, Landschaftsbetrachter. Oh nein, nicht schon wieder. Nein, das kann doch nicht sein. Ein Rennen gerade neu gestartet und schon gleich wieder die gelbe Flagge. Ja, deswegen träume ich von Jeff Gordon. Der hat einfach nur Glück. Der kann da vorne machen, was er will. Kann schön frei rumfahren. Und ich, ne, schlag mich hier hinten rum mit dem Pögel. Ja. Weiß ich auch nicht, ey. Die meisten hier hinten, ne, haben hier einen Führerschein bei der Fahrradprüfung in der Grundschule gemacht. Und denken nun, sie könnten Nesca fahren. Aber, nein! Ohhhh. Ohhhh, nee, ey. So, jetzt um die nächste Kurve. So, zack, ey. Ich hoffe, ich bin ein bisschen schneller. Nö, bin ich nicht. Jetzt wieder Windschatten ein bisschen. Komm, bleib im Windschatten. Ah, Mauer geküsst. Ah, gut. Läuft. 12 von 20 Runden. Platz 35. Ohhhh, fuck. Ich muss nach vorne. Ich muss nach vorne. Hier. Genau, gib mir Windschatten. Lass mich vorbei. Ey, jetzt keine gelbe Flagge mehr, ey. Jede Runde, die verloren geht, ist schlecht für mich. Komm rum da. Ja, aber ne relativ schöne Strecke eigentlich. Also auch nicht. Also man muss schon relativ viel bremsen. Andererseits gibt's auch viel Topspeed-Passagen sozusagen. Also im Verhältnis gesehen. Okay. Eigentlich ist das eine ganz gute Strecke, um Punkte zu machen. Nein, 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 nein. Gelbe Flagge, wie ich sie liebe. Naja gut, manchmal ist sie wirklich ja gut. Aber. Hm. So. Schluck aus der Pulle. Jetzt bin ich eh nicht mehr fahrtüchtig. Optimale Voraussetzung, um ein Rennen zu fahren. Weiter geht's. Oh. Alter. Was, was geht? Nein. Oh. Das ist ärgerlich, ey. Da ist man gerade über Start und Ziel und dann sowas. Mann. Ich will doch hier aufholen. Mir nervt nur. Die Jungs, ey. oder die anderen, die haben echt kein bisschen Respekt. Die wissen doch, ich fahr um die Meisterschaft mit. Ich bin immerhin Platz drei. Da können die nicht so mit mir rumspringen. Müssen sie sagen, so vorwiegend. Okay. Hier, Sonntag. Im Team von Börsfinn 2013. Der fährt um die Meisterschaft mit. Den müssen wir in Ruhe lassen. Aber nö. Nix ist. Was? Und schon wieder gelbe Flagge. Warum? Was denn nun passiert? Oh, das ist doch lächerlich. War doch nix los. Also, so langsam fühle ich mich beschissen. Also, ich werde hier beschissen von den Ren Stewart. Die sagen nicht die Wahrheit. Ich glaube, die kriegen Handgeld von Jeff Burton. Äh, Jeff Gordon, meine ich. Dem ersten hier. Platz 20 nur. Auf in die nächste Kurve. Oh, da werde ich beinahe in die Box gefahren. Letzte Runde schon. Oh, komm hier. Zieh vorbei. Gelbe Flagge. Wird sie nicht geben mehr in der letzten Runde. Oh, nicht Mauer. Nein. Komm hier wieder. Topspeed. Nein. Da zieht einer in an mich vorbei. Nee. Schafft er nicht. Zwölfter. Ah. Dreck. Kacke. Mist. Verdammte. Scheiße. Ich bin jetzt Elite-Veteran. Bin aufgestiegen. Das ist zwar ganz nett, aber Jeff Gordon wird seinen Vorsprung schon wieder ausgebaut haben. Sehr wahrscheinlich. Okay, ich bin zwölfter. Und wo ist Jeff Gordon? Oh, Jeff Gordon ist sogar Erster geworden. Ich glaub's nicht. Kacke. Na, dann gucken wir uns mal den Gesamtstand an. Und der sieht aus. Ich bin immer noch Dritter und hab jetzt 33 Punkte Rückstand. 33 Punkte. Jeff Gordon. Du alter Senila. Das wird anstrengend. Okay. Ist ein Haufen zu tun. Bis dahin macht's gut, macht's vor allen Dingen besser. Bis dann.